hey leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft monster projekt ich habe nicht mehr so lange gewartet ich habe jetzt gleich wieder angefangen aufzunehmen von dem her werde ich mir mal wieder von alex strom klauen und dann mal schlafen gehen und so weiter und so fort na du weißt ist das voll warum ist es nicht voll warum wird es nicht voll sollte das nicht voll werden aber generator habe ich den etwa irgendwie falsch angebracht ja zombie schon gut warum lebt er sich nicht auf komisch so nee ich verstehe es nicht lava na warten ich habe keine ahnung wie das funktioniert absolut keine ahnung so richtig überfragt einfach ich habe keine ahnung wie das funktioniert sollte ich davon ahnung haben ich habe keine ahnung gehe ich mir halt nicht von alex energie clown dann hat er jetzt halt auch keine mehr ist halt ein bisschen doof gelaufen aber egal ich gehe schlafen dann habe ich halt wirklich wieder nur meine zwei solar arrays hier die sollten das aber start warum ist hier hallo muss ich das verstehen warum ist das jetzt nicht verbunden sollte aber das sollte verbunden sein ich bin das mal hier so das wird mich mal irgendwie interessieren die energie ist nämlich voll was ist denn das bitte jetzt die energie ist voll da ist ein kabel aber das verbindet sich einfach nicht ich bin gerade echt überfragt warum sieht das nicht verbindet sollte sich ja verbinden eigentlich ich meine das ist das ist ein kabel das war ja schon mal verbunden ich glaube da den tank einfach mal äh und stell den einfach mal dorthin wer weiß vielleicht bringt das ja was das ist jetzt verbunden nee was habe ich jetzt kaputt gemacht bitte das würde ich echt gern wissen ist da noch der output ja ist da noch das sollte ja passen me controller pack ich dann noch mal hin jetzt ist er verbunden was war denn das bitte für ein bug ist ja irgendwie richtig komisch na gut kann man auch nichts machen ich verstehe es noch immer nicht nur mal so zur info es ist es ist sehr interessant das kann man so sagen aber frag mich frag mich nicht warum das gerade war warum ich den controller noch mal abbauen habe müssen absolut keinen schimmer ich werde hier noch mal ja so leid es mir tut das ganze hier abbauen noch ein paar mehr kohle äh glowstone seeds machen und dann werde ich mich mal dem boden widmen und dann ja das war es dann ist wohl ziemlich jetzt würde ich aber gern wissen wie viel ich davon schon habe schon 30 jetzt noch 2 dann habe ich 32 wunder der technik wunder der technik sag ich nur so glowstone dust passt hat sich gereimt aber noch mehr viel noch viel mehr glowstone ja okay ich brauche es eigentlich ich wollte gerade sagen noch mehr glowstone dust das brauche ich ja eigentlich nicht aber ich brauche es wenn man sich mal das hier anschaut und es soll noch eine etage werden dann brauche ich das einfach einfach dringend und irgendwie spammt mich die ttt konfi extremst zu mal schauen vielleicht wird demnächst oder irgendwann mal ttt bei meinem kanal kommen mal schauen ob dies der fall sein wird irgendwie ändert sich da von der haltbarkeit bei meinem ding nix ja ich brauche es mein hammer ab wollte ich mal so sagen geht ein bisschen schneller dann brauche ich einfach alles ab weil es so schnell geht so gut dann brauche ich hier aber wieder licht eindeutig eindeutig brauche ich hier licht so habe ich dann noch was übersehen ich denke nicht denn ich habe liegt haha ja gut 16 stück einfach mal platzieren und dann wieder abreißen richtig dumm eigentlich aber ok hat habe ich da auch fischen sie nee ja das war nicht geplant gut so wieder rauf habe ich wieder ein bisschen glows sondern kann ich da wieder ein paar seeds erstellen weil ohne spaß ich brauche zu viel gestern es ist unglaublich hm jetzt habe ich von dem zu wenig natürlich natürlich warum ist das schon wieder leer warum hä das kann doch nicht sein dass der das kann doch nicht sein aber warum warum ich hier ernsthaft und braucht das wirklich zu viel strom machen gut wir müssen uns was von der strom mit der stromversorgung einfallen lassen sonst kann ich nicht weitermachen meine items sind jetzt nämlich gefangen und das mag ich gar nicht jetzt ladet der sich auf oder was auf der seite ja gut der hat es nicht der hat es aber schon mhm komisch ich verstehe das ding nicht ich verstehe es einfach nicht jetzt nein auf der seite vielleicht nö oh vorne ladet es sich auf warum auch immer nur gut ich lasse es jetzt trotzdem da stehen ja das restliche packe ich da mal rein so kann ich mein hammer gleich mal wieder reparieren wenn ich schon mal da bin den brauche ich jetzt nämlich wieder so gut und wenn das fertig ist das ist richtig gut wenn es fertig ist wenn es fertig werden würde ne das sollte ich jetzt eigentlich auch aufladen ist dasselbe anschluss wie vorher was ist wenn ich das mach uuuu ok ja gut das ladet sich auch auf ne super ja du ne ich ne ich 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 finde es gut kann ich mal so sagen und der tank da ist auch super so wenn ich das abbaue ist die lava dann weg ich weiß ja nicht ich glaube ich sollte das ventil zulassen aber richtig gut dass sich das so auffüllt jetzt würde mich nur interessieren wenn ich es abbaue und wieder hinsetzt ne lava bleibt nicht drinnen ok gut dann 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 lasse ich das mal da ja ich nehme es einfach mit die lava ist jetzt auch egal ich meine ich glaube er hat unendlich irgendwo keine ahnung warum und wie ich denke mal hölle und und ja das ist gut das ist auf jeden fall super so dann packe ich das auch wieder mal dahin ja super das ist sehr gut das gott essenz so wieder viel rausholen so viel wie get das gott äh den master infusion stone so zack und dann nochmal ein bisschen was und hier nochmal ein bisschen was und dann die nochmal verkraften so gut und dann habe ich hier wieder genug dafür so noch neun stück 16 sollten jetzt aber wirklich reichen wenn ich die dann noch da drauf platzieren würde so essenz 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 das werd ich hier mal raus tun oder halt viele davon sagen wir mal und dann hier die restlichen Glowstone-Dinger reinsetzen. So, und jetzt kann ich es ja wieder, ja, jetzt kann ich ein bisschen Eisen reinmachen, denke ich mir mal. So, sollte passen. Und solange das nicht voll wird, ist das auch nicht schlimm. Gut, jetzt muss ich nochmal kurz zum System fliegen und mir dann ein bisschen Erde rausholen. So, nein, Earth. Nee, Dirt. Dirt, das war's. So hieß das. So, aber den Rest kann ich da auch eigentlich wieder reinpacken. Denk ich zumindest. Weißt du was, ich packe die jetzt auch wieder da rein. Einfach so, ne? Auch den, die Torches, das da, so. Und da nehme ich jetzt ordentlich viel Dirt mit. So, sollte passen. Und ich sehe gerade, das war's mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Beim nächsten Mal machen wir den Boden und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.